Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit einer neuen Serie im Bereich Web Development, der vierten mittlerweile. Wir haben schon HTML, CSS und PHP angefangen bzw. vollendet teilweise schon und heute fangen wir mit JavaScript an. JavaScript ist so ziemlich die populärste Sprache überhaupt, also vor allem anderen und das liegt vor allem daran, dass einfach heutzutage alles irgendwie im Internet über Browser läuft, zumindest viele Sachen und JavaScript nicht nur dort läuft, sondern auch teilweise noch auf dem Server oder sonst wo, also es ist sehr sehr mächtig. Wir können mit JavaScript, wenn wir jetzt nur mal am Bereich Web Development denken, können wir hier tatsächlich unsere HTML Elemente können wir manipulieren und zwar jedes davon, wir können unsere Attribute davon, also CSS im Prinzip, können wir manipulieren, wir können die Farben ändern, Hintergrundfarben, bla 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 bla, alles mögliche. Und wie gesagt, auf dem Server läuft es auch mittlerweile, da braucht man dann ein paar Bibliotheken dafür, aber die werde ich euch dann auch noch zeigen. Ja und Animationen sind mit JavaScript toll möglich, also wirklich alles dabei, was man so braucht. Und deswegen fangen wir einfach mal direkt an, wie kriege ich jetzt ein JavaScript zum Laufen. Okay, genau, wir haben mehrere Möglichkeiten, wir können es in den Head reinsetzen, wir können es in den Body reinsetzen und dort einfach an eine beliebige Stelle. Achtung, kleiner Hinweis vorneweg, wenn wir irgendwie zum Beispiel jetzt hier ändern wollen, also apropos ändern, wir benutzen die Webseite weiter, die wir in der CSS Reihe gemacht haben, die sieht aktuell gerade mal so aus, ist nicht so was Besonderes, aber wir wollen ja einfach nur demonstrieren, wie das ganze Zeug geht. So, jetzt wieder zurück zu dem, was ich sagen wollte, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel ändern wollt, dass da eine Überschrift drin steht, also das hier, dann müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr jetzt in den Body direkt oben drüber dieses JavaScript schreibt, dann versucht JavaScript was zu ändern, aber hier wird es dann einfach wieder überschrieben sozusagen. Es wird einfach von oben nach unten alles ausgeführt und wenn hier oben JavaScript steht, also sagen wir mal einfach hier, wir haben JavaScript, sagt mir, das ist jetzt übrigens so ein Beispiel, so sieht es nicht wirklich aus, sagt mir, dass in meiner Headline H1 der Text auf bla steht oder sowas. Und dann führt es aus, der Text wird auf bla gesetzt und danach wird das hier ausgeführt, aber hier steht dann, naja, setze den Text in der Headline auf eine Überschrift. Das heißt, das ist das aktuelle Statement und deswegen findet ihr dann, wenn ihr JavaScript hier oben ausführt, findet ihr hier keine Änderungen und wundert euch vielleicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Deswegen, ja genau, deswegen werden wir hier oben in den Head oder ganz oben in den Body nur die JavaScript schreiben, die dann irgendwelche Funktionen auf Knopfdruck sozusagen, also wenn ihr auf einen Button klickt oder wenn was eingegeben wird, dann werden diese Scripts ausgeführt. Ihr könnt auch eine beliebige Anzahl von Scripts schreiben, aber normalerweise, wenn ihr irgendwie direkt was machen wollt, dann solltet ihr das hier unten hinschreiben, denn ihr wollt ja, dass euer JavaScript auch gelesen wird. So, genug gelabert, war jetzt wahrscheinlich ziemlich blöd für eine Einführung, aber ihr müsst es unbedingt wissen, sonst wundert ihr euch, warum es bei euch nicht funktioniert. Und deswegen, hier unten einfach mal ganz unten, bevor ihr den Body quasi schließt, und hier haben wir dann auch so einen Tag und da schreiben wir dann einfach Script rein. Also Script auf und Script wieder zu, ganz normal, wie man immer einen Tag benutzt. Und hier rein könnt ihr jetzt JavaScript schreiben. So, Beispiel dafür wäre zum Beispiel mal, wir könnten hier diese Headline ändern. Das heißt, wir wollen hier statt eine Überschrift, so wie es aktuell aussieht, wollen wir da jetzt irgendwie ein Hello World in JavaScript schreiben. Also Document liefert uns das ganze Dokument, also die ganze Website hier. Dann sagen wir Punkt GetElement, wie das alles funktioniert, werde ich euch auch noch alles erzählen. Also keine Sorge, ihr müsst jetzt hier nicht alles verstehen, aber vielleicht nach und nach, dann kommt dann alles. Genau. So, GetElementById, dann diese komischen Klammern hier, denn es ist eine richtige Programmiersprache, das heißt, wir können auch Parameter angeben, was das alles ist, wie gesagt, kommt noch. Nur für die, die schon programmieren können. Und dann geben wir hier drin einfach die ID ein, von dem Objekt, das wir manipulieren wollen. Also unsere ID hier lautet Headline. Das heißt, wir nehmen einfach diese Headline, kopieren die uns hier rein und sagen dann, was wir gerne ändern wollen. Und in unserem Fall wäre das zum Beispiel innerHTML, wird mir gerade nicht vorgeschlagen. Apropos zum Editor noch, muss man auch in der Einführung sagen, ich weiß ja nicht, ob ihr die anderen Videos auch schon bei mir gesehen habt. Ich benutze hier auf Linux Bluefish, aber ihr könnt jeden anderen Editor auch benutzen, den ihr wollt. Ihr braucht da nichts Besonderes oder sowas. Also für JavaScript kann man auch wirklich einfach einen Notepad++ oder einen stinknormalen Editor auf Windows benutzen. Also das bleibt völlig euch überlassen. Ihr könnt da einfach einen Texteditor dafür benutzen. Dann habt ihr halt dieses Syntax-Highlighting, also dieses Grün-Schreiben und dieses Blau-Schreiben und so weiter. Das habt ihr dann halt nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Okay, wieder zurück zu unserem Projekt hier, was wir machen wollen. Wir wollen hier diese Headline, also das Teil hier, eine Überschrift, wollen wir ersetzen durch, naja, was wollen wir reinschreiben? Hello World in JavaScript. JavaScript, okay. Und Achtung, hinter jedem Befehl in JavaScript kommt ein Semikolon. Das brauchten wir in CSS, HTML und so weiter nicht. Wobei doch. Also in HTML brauchten wir es nicht. In JavaScript brauchen wir das leider, aber ist ja auch nicht so schlimm. Okay, was wir jetzt also hier gemacht haben, wir sagen, wir hätten gerne das ganze Dokument, also die ganze Webseite, dann ziehen wir uns ein spezielles Element raus, nämlich unsere Headline, das ist dieselbe ID wie hier oben und dann sagen wir, wir hätten gerne das, was innen drin steht, also das innere HTML, das hier, hätten wir gerne gesetzt auf das hier, was wir hinten dran stehen haben, also Hello World in JavaScript und dann sagen wir hier, okay, wir sind fertig, Punkt. Gut, wenn wir das jetzt ausführen, dann passiert folgendes und wir sehen, es steht hier Hello World in JavaScript. Das heißt, das hier ist das Aktuelle. Okay und jetzt nochmal zu dem, was ich vorhin gesagt habe, warum eure Skripts teilweise vielleicht nicht funktionieren können. Wenn ihr das hier hier oben reinpackt und dann laufen lasst, dann passiert wieder folgendes, dann seht ihr wieder eine Überschrift, weil das hier am Anfang ausgeführt wird und danach wird das hier ausgeführt, sprich das hier ist das Neueste und das ist ganz oben und deswegen steht hier also eine Überschrift und nicht Hello World in JavaScript. Okay, also immer dran denken, wenn ihr keine Funktionen oder sowas benutzt, was Funktionen sind, werden wir uns noch angucken. Wenn ihr keine Funktionen benutzt, dann einfach am besten ganz unten reinpacken. Gut, das war es für die Einleitung auch schon wieder. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden und ansonsten schaut euch einfach die weiteren Videos an. Wir werden uns dann damit weiter befassen logischerweise und schaut euch vielleicht das Video dann später nochmal an, dann wisst ihr auch, was ich genau gemeint habe mit den einzelnen Dingen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.